Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Wandelung von der Beine Kommt von der GapService Plus. Wir werden heute wieder einmal mit Ihnen spielen, weil wir jetzt immer Ihnen spielen, weil ich ja alles andere schon habe. Ziel ist wieder, ja, entweder ich krieg irgendwie eine Errungenschaft oder so, oder irgendwas anderes passiert. Wir gucken einfach mal. So, was haben wir denn von Anfang an? Wir sind stärker als normal. Ich weiß immer noch nicht, wie man in diesem Raum hier überleben soll, aber okay, irgendeinen Trick gibt's da bestimmt. Ähm, was haben wir sonst? Wir haben nur blaue Herzen. Das ist ein bisschen kacke. Ansonsten haben wir noch Krebs, wie es aussieht. Krebs macht meines Wissens, dass man nur die Hälfte des Schadens bekommt. Oder aber, dass man, wenn man einmal getroffen wird, dann erst die Hälfte des Schadens bekommt. Irgendwie sowas, Leute. Irgendwie sowas. Ich glaube, ich habe eben ein Schutzschild oder so bekommen. Aber was weiß ich denn? Da haben wir unser erstes Lebensupgrade. Das ist perfekt, denn dann könnten wir zumindest in der zweiten Ebene, also jetzt bräuchten wir das eigentlich noch nicht, aber in der zweiten Ebene könnten wir dann einen Devil-Deal mitnehmen. Das sieht auch soweit ganz schön aus. Habe ich schon den goldenen Raum mitgenommen? Ja, der war gleich am Anfang. Das ist sehr nett. Cool. Ja, dann haben wir noch den Dead Bird hier gerade bekommen. Das heißt, der kommt raus, sobald wir auch einmal getroffen werden. Und macht dann Charts mit den Gegnern. Das heißt, wir sind richtig cool drauf, wenn wir getroffen werden. Ansonsten haben wir eine Glatze. Also eigentlich sind wir Eis... Nein, wir haben doch Behaarung im Gesicht. Wir haaren einen italienischen Schnauzer. Oh, Amiga. Bueno, bueno. Und so. Si, mi amore. Keine Ahnung. Aber ich kann noch kein Italienisch. Ich kann vielleicht ein bisschen Spanisch. Aber noch kein Italienisch. So, haben wir auch unseren ersten Team auf Miet. Ich glaube, ich will die auch nicht mehr machen, weil die goldenen Raum habe ich ja schon. Ich laufe wieder durch wie sonst was, Leute. Ja. Ansonsten, letzten Tage kamen nicht so viel. Es kam hier Forager, eine Folge, die tatsächlich besser angekommen ist, als ich dachte. Warum auch immer, weil ich habe es ja eigentlich schon mal gespielt. Bin ich mal gespannt, ob die nächsten Folgen, wenn es denn da nächste Folgen gibt, auch so gut ankommen. Aber hat auf jeden Fall mal wieder Spaß gemacht, das zu spielen. Weil da gab es halt so ein neues Update, so ein Combat-Update. Und dann wollte ich da gerne mal wieder reingucken. Jetzt am Anfang hatten wir noch nicht so viel Neues gesehen. Außer, dass ich sehr schnell gestorben bin am Anfang. Aber ist okay. Bin ich mal gespannt, ob sich da was verändert. Aber ob sich das überhaupt lohnt. Ich bin mir da noch unsicher, wie ich das genau aufnehmen soll. Weil genau dasselbe machen, wie damals, ist ja jetzt auch nicht so interessant, oder? Also wenn ich da jetzt die ganzen neuen Inseln freischalte, die es halt damals schon gab. Und dann die Rätsel nochmal mache, die ich schon kenne. Das ist doch irgendwie ein bisschen blöd. Oder wie seht ihr das, Leute? Ich bin mir da unsicher. Ansonsten kam in den letzten Tagen ganz viel Sayonara Wild Hearts. Worüber ich gerne auch mal reden wollen würde. Ich habe keine Bombe. Warum nicht? Denn Sayonara Wild Hearts ist ein sehr schönes Spiel, Leute. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Das ist so ein, naja, mehr oder weniger Rhythmus. Ich sage mal Musikspiel. Das ist kein wirkliches Rhythmus-Spiel. Das ist ein Musikspiel. So ein träumisches Musikspiel. Aber eher künstlerisches Spiel. Wo man auf einem Motorrad rumfährt und komische Leute angreift und tötet und so. Aber mit sehr cooler Musik. Ich wollte hier gerade zweimal ganz doof getroffen. Und wir kriegen einfach Brimstone. Okay, cool. Wir sind okay. Dieser Mann ist geschafft. Eigentlich bräuchte ich nicht mal mehr den goldenen Raum. Das finde ich sehr gut. Ja, aber Sayonara Wild Hearts. Wer es noch nicht gesehen hat, gerne mal die Folgen angucken, die ich da so hochgelabert. Ich finde das Spiel richtig geil. Also es hat sich sehr schön gespieltun lassen. Während des Spiels habe ich allerdings nicht geredet. Das finden vielleicht einige von euch doof. Aber es ist halt ein Musikspiel und da möchte ich nicht wirklich reden. Und es ist halt eher so künstlerisch. Und ja, zieht das einfach mal rein. Und genießt es. Vor allem aber, jetzt kann ich aber sagen. In dem Spiel sind so ganz viele verschiedene, na wie soll man sagen, so Bewegungsmuster. Beziehungsweise die Steuerung ist halt anders, wenn du zum Beispiel mit dem Motorrad fährst. Oder wenn du läufst. Oder wenn du in der Luft bist. Oder wenn du, äh, was gibt es denn sonst noch. Oder wenn du mit dem Auto fährst. Das Auto war richtig scheiße, Leute. Da kam glaube ich heute die Folge, wo ich mit dem Auto gefahren bin. Und das war richtig behindert. Dieses blöde Auto, das ist die ganze Zeit gedriftet. Das ging gar nicht. Und dann auch, sowohl, wenn deine, wenn deine Kamera außen im Auto draußen ist, ist die Steuerung anders. Aber auch wenn du in der, im Auto dritte bist, ist sie auch nochmal anders. Also ganz viele verschiedene Steuerungsarten. Ganz viele komische Gegner und Angriffsmuster und alles mögliche. Hat auf jeden Fall schön Spaß gemacht. Hat sehr viel Abwechslung. Und die Musik ist halt auch mega geil. Das ist so ein träumiges Synth-Pop-Gedüns. Ja. Und ich hab nicht gewusst, dass ich Synth-Pop so mag. Aber jetzt dank dem Spiel Pisces. Und ich hab tatsächlich den Soundtrack von Sayonara Wild Harts die ganze Zeit am Laufen. Die letzten, naja, drei Tage? Bestimmt nur Sayonara Wild Harts gehört bei Spotify. Da gibt's das nämlich zum Glück auch. Egal bei was. Irgendwie hat das so eine Mischung. Das ist so eine Mischung aus... Also es kann... Es kann einfach alles. Keine Ahnung. Ich nutze es beim Laufen. Da kann ich auch gleich was zu erzählen. Ich nutze es beim... Zum Schlafen gehen, weil es halt so träumisch ist. Aber ich nutze es auch als Hintergrundmusik, wenn ich LOL spiele. Weil es mich irgendwie runterbringt und mir Konzentration gibt. Apropos Konzentration. Ich nutze es auch als Hintergrundmusik, wenn ich lerne für die Schule. Oder wenn ich einfach nur zum Liedern mitsingen möchte. Ich singe gerne mal zum Liedern mit. Deswegen, da ist das auch perfekt irgendwie. Das Album hat einfach alles. Keine Ahnung. I don't know. I like it pretty much. Das energisiert mich, aber macht mich auch träumerisch und mein Gehirn schlauerisch. Jaja. Hätte ich vielleicht vor dem Spiel hier auch nochmal anhören sollen. Damit das ein bisschen schlauer drauf ist. Aber irgendwie... Keine Ahnung. Das ist richtig strange, aber okay. Gibt es leider noch nicht für Beat Saber, habe ich schon geguckt. Ob es das da irgendwie als Lied schon gibt, hat leider noch keiner gemacht. Ein Typ hat sich das irgendwie gewünscht bei Reddit, aber hat anscheinend keiner gemacht. Kann ich mir aber auch irgendwie schwer vorstellen, dass man das halt so mappen kann. Oh fuck ey. Ich verliere gerade ein paar viele Leben, das ist ein bisschen kacke. Obwohl ich eigentlich sau OP bin. Ich möchte auch einfach nur zum Boss. Aber ja, wenn ihr da irgendwie künstlerisch interessiert seid, dann kann man sich das Spiel auf jeden Fall mal geben. Ich habe auch vor, da kommen jetzt die letzten Folgen noch. Das sind irgendwie sieben Folgen am Stück. Heute kam glaube ich Folge 5. Heißt am Freitag kommt die letzte Folge und danach kommt dann nochmal das ganze Spiel in einem Guss, wo ich dann auch die Zwischendinger weggemacht habe. Also wo man, wo das Spiel gesagt hat, ja so und so heißt das Lied und dann habe ich das Lied ausgewählt und so. Das habe ich alles rausgeschnitten und dann kommt das Spiel nochmal in voller Länge. Geht glaube ich so 50 Minuten. Also das kommt Samstag, falls ihr irgendwie bis dahin warten wollt. Nur so am Rande. So, ähm, wo ich gerade schon von der Zukunft rede. Ich bin ab morgen, also ab Donnerstagmorgen, also ab morgen des Donnerstagsmorgens, das morgen ist, ähm, bin ich auf dem Weg nach Berlin. Tatsache. Schön über Halloween. Morgen ist Halloween, ich war? Ich glaube morgen ist Halloween. Ähm, will ich hier irgendwas haben? Ich glaube das, äh, ich hätte erst Ace of Diamonds. Ach nee, Ace of Diamonds macht ja gar nichts, ne? Ich glaube Ace of Diamonds macht, dass alle, oh nö, alle Dinger, die hier auf dem Boden liegen, zu Münzen werden. Ich glaube so war das. Das war nicht das, was, äh, verdoppelt hat, ne? Ich glaube schon, keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Ähm, äh, ja, aber ich bin ab morgen in Berlin und ich werde garantiert nicht genug Videos machen können, wo ich auch laber, sodass nicht jeden Tag was kommt. Es kommt jetzt halt dieses, äh, Sayonara Wild Hearts, aber an alle, die meine Gelaber hören wollen, da wird es dann bis Sonntag, wahrscheinlich sogar bis Montag, dann erstmal kein Video geben. Nur, damit ihr Bescheid wisst, warum bin ich in, in Japan, hätte ich fast gesagt, in, in Berlin, weil, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das ist eine sehr gute Frage, Leute, warum bin ich in Berlin? Nein, ich hab Karten geschenkt bekommen. Oh, ist das Next End eben, ne? Das ist ja interessant, dann müssen wir hier gleich nochmal weggehen. Äh, für, ja, ihr könnt ja mal raten, wer will ich jetzt in Berlin? Da ist ein Konzert von einem Pop-Titan namens Dieter Wohlen. Und da muss ich jetzt hin, auch wenn ich gar nicht will, aber ich muss da hin, weil ich es geschenkt bekommen hab. Ja, und deswegen bin ich jetzt, warum auch nur, für Tage bin ich ja, ich weiß gar nicht, wann genau das Konzert ist, es ist an irgendeinem Tag und ich bin jetzt halt vier Tage lang da, weil sonst lohnt sich das ja nicht oder so. Keine Ahnung. Bin ich eher, schön, oder? Und ich sterb hier. Ich hab Whipstone und sterbe? Das kann nicht sein, Leute, das geht nicht. Ja, bin ich mal gespannt, wie es ist. Ich bin jetzt nicht so der Modern Talking Fan, beziehungsweise ist das ja jetzt nur der Dieter. Bin ich mal gespannt. Ist, glaub ich, nicht so ganz meine Musikrichtung, aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul oder so. Mhm, mhm. Joa, bin ich mal gespannt und ich hab ein bisschen Aua, ein bisschen Angst. Oh shit, ey, wieso hat er ein ganzes Leben abgezogen, hä? Ich hab ein bisschen Angst in Berlin zu Halloween. Da kann ja sonst was passieren. Ich hoffe, ich überlebe. Das wär, das wär ganz nett, wenn ich das überleben dürfte. Also, wenn ihr ab, sagen wir ab, wenn ihr bis Mittwoch nix mehr von mir hört, dann bin ich wahrscheinlich tot. Schaut in die Nachrichten, Leute, ob da irgendwas passiert ist in Berlin. Vielleicht irgendein Messerstecher, der da rumläuft und komische Disease absticht. Kann ja sein. Ich hab, glaub ich, ein falsches Bild von Berlin, aber irgendwie, irgendwie hab ich ein bisschen Angst vor Berlin. Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich ist Berlin eine ganz nette, eine richtig nette Stadt. So, was haben wir hier sonst so? Aber wir könnten natürlich mal hier einfach unser... Oh, Bad Trip. Oh, Addicted. Alles schlecht. Aber wir haben hier zum Glück noch die Gabi's Paw. Das heißt, wir könnten... Oh, wenn wir Gabi werden würden. Leute, wenn wir Gabi werden würden. Und das mit Brimstone, dann sind wir richtig OP. Also so richtig OP. Da würden wir so viele Fliegen spawnen. Okay. Ziel für dieses... Für diesen Run ist auf jeden Fall Gabi werden. Das wär so krass mit Brimstone zusammen. Oder einen sechsfachen Brimstone bekommen. Hatte ich, glaub ich, einmal in meinem Leben. Einen sechsfachen? Weiß ich gar nicht. Geht das überhaupt? Ich hatte auf jeden Fall mal einen dreifachen. Und ich glaub... Warte, Ace of Diamonds möchte ich immer noch nicht. Warte, wir probieren mal ganz kurz aus, was... Genau. Es hat einfach Sachen in Münzen umgewandelt. Wusste ich doch. Äh, Shop können wir auch mal gucken. Wir haben einen goldenen Schlüssel. Ja. Was wollte ich sonst sagen? Mein Apple Arcade-Monat ist jetzt um. Ich bin ganz froh, dass ich trotzdem noch Sayonara-Wald-Harts jetzt da aufgenommen hab. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass... Oh, ich hab keine Bomben mehr. Oh. Oh ne. Wieso hab ich denn keine Bomben? Ähm, das Oceanhorn 2... 2? 3? 2? Oceanhorn 3? Wie viele Oceanhorns gibt's denn? Ich bin mir nicht sicher. Äh, nicht mehr kommen... Oh. Wird auf dem Kanal... Was macht Brimstone mit Tiny Planet? Ah ja, okay. Oh, kann... Kann man machen. Ich glaub, das ist nicht... Ist nicht so schlimm, dass wir das jetzt mitgenommen haben. Ähm... Ja, Oceanhorn wird nicht mehr kommen. Zum einen, weil die dritte Folge, die ich da aufgenommen habe, äh, mega behindert war. Beziehungsweise ich hab da... Den Sound leider nicht mit aufgenommen. Beziehungsweise Sound vom Spiel schon, aber mein... Mein Mikrosound leider nicht. Heißt, ich müsste es dann nachsprechen und Oceanhorn ist irgendwie sowieso kein so geiles Spiel. Es hat eine geile Grafik und es lässt sich auch nett spielen und ist halt 3D und dafür, dass es auf dem iPad läuft und sowas, ist alles ganz geil. Aber rein von dem spielerischen Aspekt ist es halt wirklich nicht so gut. Und daher kann man... Oder muss man das nicht wirklich spielen, meiner Meinung nach? So, hier, kann mir eigentlich nichts Gutes geben, was ich haben wollen würde. Aber ich hab mich geirrt, es gibt mir ein Gabi-Item. Es ist unser zweites. Ein Gabi-Item und wir sind Gabi. Ich würd gern Gabi würden. Aber deswegen, Oceanhorn wird nicht mehr kommen. Ist jetzt bei den zwei Folgen. Ich glaub, das waren zwei Folgen. Wird das bleiben. Heißt, da brauchst du nicht auf irgendwas warten, aber... Ist okay, oder? Ist okay. Ist halt echt kein gutes Spiel. Cathedral auf der anderen Seite, wo der PS ich, glaub ich, mal nachgefragt hat, wird noch kommen. Ich brauchte jetzt aber ein bisschen Pause erstmal, weil dieser komische Necromancer und sein ganzes Gebiet einfach mega quacke waren. Quacke. Hat mich richtig aufgeregt. Da meinte Nicole auch, sie hat mich noch nie so, so, weiß ich nicht, gestresst, so nervig erlebt. Oder so genervt, besser gesagt. Ja. Kann ich mir vorstellen. War aber auch echt kacke, dieses Gebiet und dieser Boss und alles. Der ist einfach nicht stehen geblieben. Deswegen, ich hab auch nie irgendwie Megaman oder sowas gespielt und ich glaub, Megaman wäre dann auch nichts für mich. Bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Aber Cathedral möchte ich auf jeden Fall durchspielen. Also da keine Angst. Und dann mal gucken, was danach kommt. Vielleicht halt Hollow Knight oder was auch immer. Ja, aber meinen Apple Arcade Monat hab ich jetzt nicht wirklich genutzt, möchte ich sagen. Ich hab halt ein paar Dinge ausgetestet da. Ich hab dieses Exit to Dungeon ausprobiert und ähm... Oh, okay. Äh, halt Oceanhorn und jetzt Sayonara Wild Heart. Das Sayonara Wild Heart hat mir auch am meisten Spaß gemacht, tatsächlich. Hab ich auch in einem Rutsch tatsächlich aufgenommen. Weil das auch der letzte Tag war, den ich Apple Arcade hatte. Ich hatte auch noch ein paar andere Spiele darunter geladen. Zum Beispiel so ein Lego Brawler. Der sah eigentlich auch ganz geil aus. Vor allem, weil man ihn halt auch mit dem Controller spielen konnte. Das ist sowieso das Geilste, dass es da so viele Spiele gibt, die man auch mit dem Controller spielen kann. Äh, aber, ja. Monat ist jetzt vorbei und ich wollte jetzt nicht nochmal 5 Euro zahlen für so ein paar Handyspiele. Keine Ahnung. Von daher. Das war halt jetzt so einmalig ein Probemonat. Und muss dann aber auch nicht sein. Nee, nee. Aber da müsst ihr auch auffassen, Leute. Also wenn ihr Apple Arcade habt oder hattet oder wie auch immer, müsst ihr da auf jeden Fall auch beim Probemonat kündigen. Weil sonst ziehen sie euch jeden Monat 5 Euro ab, auch wenn ihr es nicht nutzt. Oder gar nicht da angesprochen habt, dass ihr das überhaupt haben wollt. Ich kann mir vorstellen, dass einige bestimmt denken, ja, Probemonat und dann ist halt fertig, ne? Aber nein, Leute. Ist nicht so. Ist nicht fertig dann. Warte, wir sind schon beim Marm, ne? Deswegen nehme ich mal so World mit. Das wird uns später nämlich mehr bringen. Dann können wir hier schneller durchwaschen. Oh Gott, oh Gott. Ich bin ja... Dieser Tiny Planet ist ja mega gut mit Brimstone. Damit ist man dann halt auch sicher um sich herum. Nicht nur vor sich, sondern überall. Und ich glaube, Tiny Planet macht sogar noch, dass man... Dass die Dingsreichweite weitergeht. Irgendwie sowas. Die Tiersreichweite bringt zwar jetzt nicht so viel bei Brimstone, weil der sowieso unendliche Reichweite hat. Guck mal, wir hatten noch ein Little Brimstone. Müsste ich eigentlich mitnehmen, ne? Aber dann müsste ich hier das ganze Ding machen. Ne, 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 ne. Das wäre dann zwar ein zweiter Brimstone irgendwie, aber lass mal lieber bleiben. Ja, was ist sonst so gewesen? Hier, Zeitverschiebung, Leute. Ich hasse sie. Ich hasse Zeitverschiebung. Es ist jetzt, wo ich dieses Video aufnehme. Aua. Oh Gott, okay. Ich muss mich doch nochmal ein bisschen konzentrieren hier. Äh, 17 Uhr, also 5 Uhr. Und es ist einfach schon dunkel. Und mein Körper ist so, wenn es dunkel wird, dann ist der Tag vorbei. Dann kannst du eigentlich auch gleich schlafen legen. Also, sobald es dunkel wird, ziehe ich mir nur noch irgendwelche Videos rein. Au. Oder Netflix. Scheiße. Ich, ich schaff das hier nicht. Kann da bitte ein Herz drin sein? Ah, ich setz mal The World ein. Kann da bitte irgendwas Gutes sein in den Geheimraum? Dort bin ich gleich tot. Gut. Okay. Wir haben noch eine Chance, hier irgendwas Cooles zu kriegen. Okay, immerhin. Aber ich hätte viel lieber. Ja, gut. Nimm auf jeden Fall mit. Kann uns nämlich ab und zu mal irgendwas geben. Wir haben noch eine Bombe. Shit. Ich brauch hier Dinger. Ja, aber Zeitverschiebung ist kacke. Denn, jetzt ist mein Tag. Scheiße. Jetzt ist mein Tag immer nur so. Also, hat nur vier Sonnenstunden. Ich muss mich jetzt mal echt konzentrieren, dass ich hier jetzt nicht irgendwie dumm sterbe. An diesen Dingern kann man nämlich sehr leicht dumm sterben. Scheiße. Mäh. Das war der Eden-One, Leute. Ja, Zeitverschiebung ist kacke. Genauso wie dieser One. Das war eigentlich ein guter One. Wieso? Ich habe die Befürchtung, dass ich, wenn ich Brimstone habe, häufiger sterbe, als wenn ich irgendeine Kacke habe. Obwohl Brimstone so OP ist. Ja, gut. Das war der Brimstone von zwei. Jetzt ist er wieder bei null. Eine sehr kurze Folge. Sie wäre aber auch so nicht länger gewesen, weil mit Brimstone wäre man da ganz schnell durchgekommen. Mäh. Was zum Fick? Wieso bin ich so schnell gestorben? Ja, ich wurde oft getroffen. Das ist richtig, Leute. Gut, dann war es auch mit dieser kurzen Folge. Dann seht das so. Dann kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr aufnehmen, damit die nächsten Tage auch was kommt. Ja, ja. Vielen Dank für's Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Dann seht das zum nächsten Mal. Dann haben wir beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.